So hallo Freunde, wir sind hier bei einem neuen Projekt von mir. Es ist Star Wars Battlefront 2. Heute ist noch einer mit dabei. Es ist Lars. Hallo. Und ja, er ist neu im YouTube-Leben, könnte man sagen. Im Zockerleben. Und wir machen halt so gesagt immer ein paar Maps oder so. Oder machen wir vielleicht Galactia Ovo oder Kampagne oder was auch so. Und es ist doch egal, wenn man was. Nein, wir sind hier im Quatsch. Irgendwas werden wir irgendwas mit dem Tisch rauskommen. Ja. Man muss man auch passen damit, man muss man automatisch aufwenden, wie es bei meinem Letzten. Bei der Episode 4 4, das habe ich aus Versehen. Mein Computer war zuvor und hat er nicht mehr aufgenommen. Frips. Dann muss ich abgefragt werden, abgefragt werden. Genau. Nein, nein, nein. Das hat mir aufgenommen. Nein, nein. Ich habe schon ein Witz über den Aufgesprungen. Nein, nein. Hierals könnte man ja mal gucken, was für auff newly vaccinated, was für nirgendwo Und da was für nirgendwo wieder ab受essert ist. Ich gebe euch den Wunsch und spiele die Maps in die falsche Richtung. Und wir waren gerade aus dem Schlachtfeld. Und wir sollen hier irgendwas machen. Aber wir... Wir hätten den jetzt fast gecrashed. Und wir müssen halt Missionen machen und die da abknallen. Die Zuschauer, die sehen es ja jetzt, was wir machen müssen. Du ja nicht. Was? Weil du ja nicht richtig liebst. Ja. Ich freue mich dann die ganzen Links, Facebook, YouTube, alles. Ich glaube das war's auch. Naja, Twitter vielleicht noch, wenn ich noch meinen ganzen Tourer kommen weiß. Ich weiß schon lange mit mir. Was? Pirates flying Z9 5 had on the self just excited. He was based on the... Und wo werden sie angezeigt haben? Und wir sind gleich tot, weil... Wir angriffen. Ich muss nicht, dass man den Namen hat. Ja. 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 Ich werde hier wegen meinen Episoden... Falls ihr das schon wisst. Äh. Ich hab ja eigentlich so was da schon mal und 3 Episoden gemacht. Und da werde ich halt so... Nicht zu viel zur Zeit aufnehmen können, weil ähm... ich sag' dann... ich weiß gerade im Episoden... und äh... weil ich da zu viel zu tun habe. Und das ist hier einmal... die meisten... ich hab ja... die fun. ich bin mir gemacht... ja... 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 das kann vielleicht sein damit werden... das Play-Power Part... stell' doch ohne wirklich... ja auch du auch ich hätte sein der Berliner Entschuldung auch so und ich bin hier und da wir müssen den Mann auch ein auch und ja auch wenn man was will was und das kommt nicht an Hallo, Star Wars. Ja, wir müssen hier jetzt in die Abfahrt jeder. Und wir haben Niederlagen, also würde ich sagen, wir sind in dem nächsten Part. Niederlage, haben wir erlitten, bin kaputt gegangen. Können wir nichts dagegen machen. Okay, dann, tschau. Sagst du auch noch tschau? Hola. Tschau. Okay, tschau. Tschüss.